Ja, sprach's und schwebte zurück in eine andere Welt, auf einen anderen Stern. Aber stellen Sie sich vor, wie entsetzlich dieser Gedanke wäre, wenn man den Menschen wirklich komplett durch eine Maschine ersetzen würde. Ich meine, vieles nimmt uns die Technik ja bereits ab, aber eines kann sie noch nicht, Gott sei Dank nicht, und das ist Leben. Und was wäre die Welt und was wäre das Leben ohne die Liebe? Das war ja unser erster Spielfilm von heute Abend. Sie wissen, am Freitag gibt es immer zwei Spielfilme, dazu aber gleich später mehr. Denn wir machen jetzt erst weiter im Programm mit der Werbung. Der neue Renault 21. Freiheit, die ich meine. Hallo, können Sie mir in 20 Sekunden sagen, warum Kellogg's Cornflakes das Beste ist, was einem zum Frühstück passieren kann? Ja? Dann schreiben Sie es doch auf. Und gewinnen Sie eine Familienreise in die USA mit Frühstück in Disney World. Teilnahmekarten gibt es direkt bei Kellogg's Bremen oder überall, wo es Kellogg's Cornflakes gibt. Police Academy 3. Die ganze verrückte Bande ist wieder da. Mahoni. Wir sind die Größten. Jones. Hightower. Tackleberg. Die Ehre der Academy verlangt vollen Einsatz. Police Academy 3. Und keiner kann sie bremsen. Jetzt im Kino. Holen Sie sich den Frühling in Ihre Wohnung. Holen Sie sich den Frühling in Ihre Wohnung.